Rote Rosen Vorschau Folge 4036 Valerie fühlt sich einsam und sucht den Kontakt zu Franke und Julius. Etwa zur gleichen Zeit erfährt Simon zufällig, dass Valerie schwanger ist und Laila wird ihm gegenüber misstrauisch. Könnte er der Vater sein? Valerie ist der Meinung, dass eine Erklärung nötig ist. Jorik ist mit dem Plan, Ascani Park zu kaufen, nicht zufrieden. Unterdessen beginnt Amelie bereits im Kopf damit, ihren Umzug in eine neue Immobilie zu organisieren. Allerdings dürfte dieser Plan scheitern. Doch Jorik gefällt das überhaupt nicht. Fabienne fordert Eigentum von Amelie, aber sie hat es nicht. Während eines Vortrags erfährt Jordis zufällig vom Dokumentarfilmer Adam Schimanski. Was ihre alte Bewunderung für Botswana weckt. Als sie jedoch in Krankenhaus Schimanski trifft, geraten die beiden aneinander. Marvin ist frustriert über seine Gefühle für Franke und möchte sofort nach Amsterdam fliehen. Allerdings kann Laila seinen Platz am Imbisswagen nicht mehr ernehmen. Franke und andere melden sich freiwillig, um einzugreifen. Janke und andere. 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 Vielen Dank.